Und jetzt haben wir einen da, der reist mit seinem kleinen Bus um die ganze Welt und der stellt sich jetzt im Wettbewerb. Das Publikum im Garten darf nämlich anschließend, wann ich's dann sage, durch Klatschen den Tagessieger wählen. Aber schauen Sie ihn erstmal an, hier ist Gerd Kettel. One, two, one, two, three, four. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020